Du kannst glaub ich die Ski gehen aus dem Internet. Ich meinte nicht so ein Passwort, ich meine das Passwort für die Radarteien. Oh. Ah! Das hat mich so aufgeregt. Ich hab mich so aus dem Spiel gefreut. Egal. Glüh heiße Wüste. Und ihr habt nichts von meinen Brennversuchen gehört. Dann wird da mal wieder geworden. Die Konzentration kehrt langsam zurück. Die Konzentration lässt nach. Die Erektion steigt. Es klingt aber nur aus wie der Wütschirm jetzt richtig gestellt worden ist. Das ist auch betrug vorhin. Ich hab mir zwei Millimeter gedreht. Aber trotzdem, die Farbe ändert sich dann. Also okay, beendet sich positiv. Ey! Ey Mario! Also nur mal so, der gesamte Madness Day ist gestellt. Wuuu! Das ist das Geschäft, der verliert und der gewinnt der Madness Day. Nein, 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 ich bin schneller als der Panzerhauer. Ich sing den Panzerworn. Wir sind die für Schauspieler. Das ist alles Fake, ey. Wir werden dafür bezahlt. Wir werden bezahlt eigentlich um die Fressen zu halten. Aber naja, wir haben es nicht ganz eingehalten. Ja, wir brauchen das Geld nicht, wir sagen trotzdem unsere Meinung. Die Regierung hat uns angeboten, wenn wir die Schnauze halten, haben wir VIP-Status. Doch das brauchten wir nicht. Wir reden über alles worüber sich die anderen Leute nicht trauen zu reden. Wir brauchen keinen VIP-Share. Nein, genau. Ihr habt unsere Sachen zensiert, wie wir sagen wollen. Wir fahren nicht. Wir fahren nicht. Genau. Wir fahren nicht. Wir fahren nicht. Wir fahren nicht. Wir fahren nicht. Scheiß auf die Zensur. Wir schreiben unsere eigenen Rechte. Team Scherzo Productions. Wir sprechen es aus. Aua! Was soll unser Motto sein? Wir sprechen es aus. Wir sprechen es aus. Wir sprechen es aus. Ich glaube nicht, starte ich eine Religion Stunde. Wir sprechen sich aus ist nicht gut, weil ich glaube, das ist das Motto von Kalvas. Kalvas muss sterben. Er hat unser Motto geklaut. Nein! Er hat unser Motto geklaut, bevor wir es empfunden haben. Das war ein Scherz. Dann müssen wir heute Nacht informieren hinein. Alter, zurück in die Zukunft. Ey, wo war deine russischen Kumpane, Mann? Ich war ja mal ein bisschen Terror, Luigi. Luigi! Son, lass mich vor! Arschloch! Ah, ich bin der Erste. Du bist doch Beat-Shit! Ich, ich hasse dich, Daniel. Ich geh ja auch! Boom! Fuck! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Boom! Headshot! Stormboard-Kill! M-M-M-Monster-Kill! M-M-Monster-Kill! Sonja! Wo kommt das überhaupt her? Monster-Kill? Das kommt aus Unreal Tournament. Au! What the fuck was das? Unreal Tournament ist ein gutes Spiel, aber wird auf die Dauer langweilig. Unreal Tournament ist übelst genial. mit R4G-Mod und all sowas. Bims! 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 Oh nee! Das ist das geile Item! Das ist das geile Item! Das ist das geile Item! Ich bin aber auch voll geil. Ja, Alter! Ich besser mich in jedem Platz, ey! Ich nicht! Ich werde immer schlechter! Fuck! Das war ich doch! Da will ich schon was geben! Shit, lol! Fuck! Ich bin die ganze Zeit gleich schlecht! Sackratze! Sackratze! Sackläuse auf der Brust! Was? Ja, mach mal! Ich will mich ausziehen! Genau dieses Shirt! Ich will mich ausziehen! Dieses Shirt lässt du an, sonst ersteche ich dich! Oh yeah! Bosa-Festung! Nein! Hier bin ich zu einem Skelett geworden! Ich habe eine Paranoia vor diesem Platz! Hier? Ne, das ist die andere Bosa-Festung! Egal! Da ist auch Lava! Woher zum Skelett? Ich habe eine Paranoia vor Sachen, wo Bosa draufsteht und Lava ist! Es war so, in New Super Mario Bros. auf DS, da ist ja Skalbosa das erste Mal aufgetaucht! Weil, als Marion in der ersten Welt besiegt hat als Boss, ist er dann in die Lava gefallen und in der achten Stage ist er dann wieder aufgetaucht als Boss! Was? Als Skalbosa ich mal! Echt? Ja! Ja! Ich hab das Gegner gezockt! Das ist geil! Don't mess with Bosa! Ich kann so richtig speedrun! Don't mess with Zohan! Haben wir ihn gesehen? Ja, Töne! Ich wollte ihn sehen! Don't mess with Zohan! Leg dich mit Zohan an! Ah! Leg ihn mit Zohan an! Ey! Ich hatte diese Map! Ja, voll was Borat-mäßig ist! Nur leider ist es ja nicht so wie Borat, also so... Leider ist es geil! Leider ist es geil! Ich bin nicht Mahmoud oder was ich gesagt habe! Ne! Mustaf! Genau! Ich sah es ja nicht Mustaf! Der ist so genial! Au! Aber vor allem Adam Sandler in der Rolle mit Aktion! Das war einfach nicht so genial! Adam Sandler hat irgendwie so ein... Was? Adam Sandler sieht aber echt aus wie ein Moskino-Muskino-Muskino aus! Irgendwie schon wegen seiner Nase! Ja! Das ist wie ein Moskito! Auch! Er hieß ja bei Batman Story Skito! Skita? Ja! Skita erinnert mich an... An Datani! Genau! Wie fiel der Name gerade nicht ein? Ist das nicht dieser Typ mit der Knubbelnase? Der hat immer so ne Scheiße drin! Der hat sozusagen... JD als... Zeichenfremdchen! Da war auf dieser Fremdlinge-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding Der hat den Fehler nicht noch einmal tun! Oh, in dieser Stage vielleicht immer erster! Aber du hast das Zeit, Bitch! Doch! Auf jeden Fall! Bitch, I'm going to die! Oh, ich bin der erste Arschloch! Ja, hier! Wer damit erster Arschloch? Ich glaube, ich hab das beschissenste Kraft! Mal gucken, wo ist die neue Explosion? Wo ist der schon? Alter! Du bist ja meilenweit weg! Deswegen überhole ich dich jetzt mal! Oder auch immer nicht! Ich sollte euch doch jetzt auch mal spielen! Ich glaube, ich hab dich nicht gefällt! Ich hab dich nicht! Ich hab dich! Du schaffst es nicht! Ah! Du... Das ist ein Panzerfahler! Du... Ihr Sanzalabit! Just eat this fucker! No! Ich muss jetzt hinten schießen! Fuck! Scheiße! Fuck! Da ist doch noch eine Runde! Nein! Ja eben! Deswegen fehlt es auch nicht so stark, dass ich nicht anfangen zu schreien! Nein, 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 nein! Jetzt früh geschwitzt! Du schaffst es! Ich hasse es! Ich nix! I hate it if I do it! Oh, 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 oh! Ah! Ah! Nein! Fuck! Wer... Drei! Sehr gut! Was eine Aussage! Hüppbapperte! Oh, 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 oh! Ah! Komm schon! Superitems! Drei Maslowfie keine Superitems! Nein! Ich hab nur Lava gefallen! Kann doch nicht wahr sein! Kann doch nicht wahr sein! You don't need Superitems! The one who needs two Superitems is me! Was tun wir über? Blue Panther! Nein! Don't do it! It's me, not Dardan! I don't care! Scheiß drauf! Nein! Fuck! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Wir sprechen es aus! Wir sprechen es aus! Dardan! Fertraude! Toll! Ganz viel! Wie spreche ich's aus! Euer Motor spiel den Arsch! Ja! Ich hab auf einer meiner Hostages gewonnen! Ah! Ah, jub! Penis! Penis-Batter! Ich hab Penis-Bread! Tadam! Du hast nicht erster geboren! Du hast weiter geboren! Nein! Er ist der dritte! Er hat ein Erster geboren! Wie Glück gehabt ey! Penis-Batter! Penis-Batter! Gen-Time! Penis-Batter! Gen-Time! Ich hab die ganze... Das ist nämlich nicht gut! Er hat alles noch gefallen! Naja, ich hab die ganze Zeit versucht, hinter Luigi zu sein, aber ich den Windschatten kriege und ihn fertig macht! Ach!